Welches Equipment benutzen wir als Content Creator, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Ja, wie ihr seht, ist der Tisch ganz schön vollgepackt, aber das sind natürlich nicht alles die Sachen, die wir jeden Tag benutzen. Hier sind einige Doppelungen dabei, wie zum Beispiel Mikrofone, da haben wir einige von, oder auch Kameras und Objektive. Ich habe jetzt nicht alle Objektive und Kameras hier auf den Tisch gepackt. Fangen wir an mit dem wichtigsten, und zwar der Kamera. Wir sind seit kurzem auf die Sony FX3 umgestiegen, ein absoluter Banger. Also ich bin so zufrieden mit diesem Teil, das ist unglaublich. Macht so einen Spaß, mit dem zu filmen. Wir haben auf der Sony FX3 das 24-70mm Objektiv drauf von Sony. Das ist sozusagen meine Kamera, mit der ich filme. Bei unseren Daily-Drehs, sei es jetzt Rezeptvideos oder Vlogs, benutzen wir als Hauptkamera die Sony Alpha 7 III, mit der ich gerade filme, und dem Zeiss 16-35mm Objektiv. Leider nur mit Blende 4, aber wir versuchen zukünftig auf das von Sony mit der Blende 2.8 umzusteigen. Und als Second-Kamera, beziehungsweise Impressionskamera oder Detail-Kamera benutze ich die Sony FX3 mit dem 24-70mm drauf. Das ist eine absolut krasse Kombo. Also ich bin so happy mit dem Teil, das ist wirklich unglaublich. Das Ding kostet verdammt viel Geld, ich glaube über 5.000 Euro, ohne Objektiv, aber es lohnt sich am Ende. Das ist ein absolut krasses Teil. Beim Handy könnt ihr natürlich auch richtig krasse Videos drehen. Also das heißt nicht, dass man eine 5.000 Euro Kamera braucht, um jetzt YouTube-Videos zu drehen oder Content-Creator zu sein. Nein, das geht auch absolut mit dem Handy heutzutage. Ich persönlich benutze es nicht so oft, wie ich es gerne machen würde. Ich habe ein iPhone 14 Pro mit einer sehr guten Kamera, aber nutze es leider viel zu selten. Aber bei dem ganzen Equipment, was wir hier rumliegen haben, ist das, denke ich, auch ein bisschen verständlich. Hier seht ihr die Sony FX3 nochmal im Detail. Ich bin so zufrieden mit dieser Kamera. Das Objektiv und die Kamera in Kombi sind natürlich super schwer. Vor allem, wir haben hier noch einen Cage dran. Dazu benutze ich noch oft diesen Griff von SmallRig, diesen Handgriff für oben drauf. Dann kommt da drauf auch noch dieser Bildschirm, mit dem ich hier gerade filme. Ja, und dann hat man am Ende ein wirklich schweres Teil, wenn man den ganzen Tag damit rumläuft. Auf jeden Fall nicht gerade das, was man angenehm nennt, aber gehört dazu. Man gewöhnt sich dran und am Ende des Tages sind die Ergebnisse absolut überzeugend. So viel zu den Kameras. Insgesamt haben wir zwei Sony Alpha 7 III und eine Sony FX3. Dann haben wir noch so die Sony ZV-E10 4K. Mit der werde ich zukünftig viele Videos auf diesem Kanal hier bringen. Normalerweise benutze ich für meine Videos auf dem Kanal den DJI Osmo Pocket 3. Ein absolut krasses Teil. Also darüber werde ich auch nochmal gesondert ein Video machen. Das ist wirklich für den Preis. Ich glaube mit der Creator-Kombo liegt der bei 500 bis 600 Euro und das ist ein absoluter Gamechanger. Also super kompakt. Natürlich im Gegensatz zu so einer Kamera wesentlich kompakter. Wenn du hier noch ein Mikrofon drauf hast, kannst du die nicht einfach mal in die Tasche stecken. Aber das Ding hier wirklich Liebe an dieses Teil geht raus. Leider nimmt das Bernd bald mit. Bernd wird längere Zeit auf Reisen sein und währenddessen werde ich mit der Sony ZV-E10 filmen. Und ich denke, damit kann man auch ziemlich gute Sachen hinbekommen. Wie gesagt, zu diesem DJI Pocket 3 werde ich auf jeden Fall nochmal ein extra Video machen. Das ist so geisteskrank, das Teil. Was das Mikrofon angeht, haben wir auf Bernds Kanal mit diesem Aufsteck-Richtmikrofon von Rode angefangen. Auch ein sehr cooles Teil. Also da kann man absolut nichts gegen sagen. Natürlich, wenn du das so auf die Person richtest, in diese Richtung ist der Sound einfach nicht so gut. Was ziemlich schade ist, wenn ich das nämlich jetzt auf diese Kamera hier stecke. Und in diese Richtung filme, ist der Sound wirklich sehr gut, finde ich. Also für ein Richtmikrofon optimal. In meiner Richtung ist es dann leider nicht so gut. Aber ich denke, wenn man viel unterwegs ist und nicht andauernd dieses Ansteck-Mikro-Ding machen will, dann ist das eine sehr gute Lösung. Dieses Mikrofon kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Mittlerweile filmen wir damit auf Bernds Kanal nicht mehr so viel. Einfach aus dem Grund, wenn du mehrere Leute filmst oder gerade nicht auf den Personen drauf bist, dann ist das einfach nicht praktisch, ein Richtmikrofon zu haben. Das ist für eine Standsituation oder eine Stativsituation sehr gut. Aber ja, wie gesagt, für die Drehs, die wir machen, ist das leider nicht optimal. Dafür haben wir aber andere Mikrofone und zwar das Rode Wireless Go 2. Da haben wir hier einmal den Empfänger und hier einmal das Mikrofon. Wir haben davon tatsächlich zwei Packs. Hier ist ein Empfänger und zwei Mikrofone drin. Das Ganze haben wir nochmal. Also haben wir insgesamt vier Mikrofone von denen. Und mit denen filmen wir oder drehen wir jetzt schon seit Ewigkeiten. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach, ich glaube, wir wurden in, wir haben das zweieinhalb Jahre vielleicht, wurden wir wirklich maximal ein- oder zweimal enttäuscht von diesem Teil. Und ansonsten ist das wirklich von der Performance her absolut krass. Mit dem nehme ich auch gerade dieses Video auf. Das steckt hier gerade an. Alternativ zu den Rode Mikrofonen kann ich hier die DJI Mic 2 empfehlen. Die sind auch sehr gut für unterwegs. Damit filme ich tatsächlich immer mit dem DJI Osmo Pocket 3. Die Kombi auch völlig krass. Wir haben uns jetzt dieses Paket hier mit einem extra Empfänger dran, den man auch an anderen Kameras wie dem DJI Pocket 3 benutzen kann, haben wir uns jetzt neu geholt. Hatten wir noch nicht oft im Einsatz, beziehungsweise mit dem Empfänger hatten wir das noch gar nicht im Einsatz. Ich habe auch nur Gutes über dieses Mikrofon gehört und bin sehr gespannt, wenn wir das die ersten Male zum Einsatz bringen. Das Case hier ist übrigens sehr, sehr praktisch, denn die Mikrofone müssen nicht extern aufgeladen werden. Du hast einfach dieses Cage hier. Du hast einfach dieses Cage hier und darin lassen sich die Mikrofone laden. Ihr müsst natürlich das Cage aufladen, aber wirklich eine coole Sache, gerade für unterwegs. Wenn man zwischen den Drehs Pause macht, kann man die Mikrofone wieder hier reinmachen und ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken über die Akkulaufzeit machen. Absolut krasses Teil. Was auch ein essentieller Bestandteil unseres Equipments ist, das benutzt der Admin unglaublich oft, ist der DJI RS3 Gimbal. Wir haben die Standardversion, es gibt noch eine Pro-Version von dem, aber diese Standardversion reicht für uns aus. Dieser Gimbal ist wirklich krass. Ab und zu habe ich mal kleine Einstellungsschwierigkeiten mit diesem Gimbal, aber alles in allem überzeugt er sehr. Der ist natürlich ein mächtiges Teil, muss man sagen. Auf jeden Fall größer als mein Kopf. Und es wiegt auch einiges mit der Kamera drauf. Die Sony Alpha 3 mit dem 16-35mm Objektiv drauf. Das wiegt schon einiges. Also alles in allem ist das hier kein Equipment, was man einfach mal so nebenbei mit sich rumträgt. Wobei ich dazu sagen muss, und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wenn ihr nur mit diesem DJI Osmo Pocket 3 filmt, damit hat der Bernd auch schon einige Videos im Ausland gedreht, wo ich nicht mit dabei war, hat das dann einfach in der Selfie-Position, also im Selfie-Modus benutzt. Da sind auch coole Videos bei rumgekommen. Das Teil hat eine krasse Performance, finde ich. Das ist so ein typischer Fall von, braucht man das alles hier? Wahrscheinlich nicht. Um Content zu machen, könnt ihr auch, wie gesagt, nur mit dem Handy filmen. Holt euch vielleicht ein Mikrofon zu dem Handy. Ich finde, der internen Sound vom Handy ist in Ordnung, aber da gibt es schon bessere Lösungen. Beispielsweise diese Holyland-Mikros hier. Steck dir den Empfänger einfach in das Handy rein. Seid ganz fix am Start mit Mikrofon. Wie gesagt, man muss nicht viel Geld ausgeben, um Content oder Videos zu machen. Es reicht auch wirklich eine Ausstattung von, ich sage mal, unter 1000 Euro. Kriegt ihr da auf jeden Fall was Gutes zusammen, um geilen Content rauszuballern. Aber klar, wenn man einmal in dem Game drin ist, hier mit der FX3 und so, dann ist das auch ein sehr essentieller Bestandteil. Meiner Meinung nach ist dieses Cleaning-Set, da könnt ihr am Ende natürlich nehmen, was ihr wollt, generell bei den ganzen Produkten hier. Das ist auch keine Werbung. Wer hat alles hier selber bezahlt. Das ist einfach eine Empfehlung oder ich zeige euch einfach, was ich hier habe, was ich hier am Start habe, mit was wir unsere Videos filmen. Dieses Cleaning-Set ist absolut geil. Da habt ihr so einen Blaseball. Könnt ihr einfach schön euer Objektiv sauber machen. Ihr habt einmal so eine Flüssigkeit, mit der ihr euer Tuch einspringen könnt und da dann auch das Objektiv oder die Kamera reinigen könnt. Ist wichtig, finde ich. Gerade wenn wir in den Küchen unterwegs sind und viel Outdoor unterwegs sind, leidet das Equipment schon drunter und wenn man das dann nicht pflegt, dann kann das ganz schnell zu einer Krise werden. Wobei ich sagen muss, ich filme jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren für Bernd und das ganze Equipment hier ist wirklich noch in einem guten Zustand. Wir haben fast keine Verluste an Equipment. Klar, die ein oder andere Sache war vielleicht mal dabei, aber jetzt nichts super Wildes. Ich denke, das zeugt auch davon, dass ich relativ gut mit dem Equipment umgehe, was auch wichtig ist. Dann haben wir hier natürlich auch noch ein sehr, sehr wichtiges Teil. Mit dem schneide ich die Videos. Apple MacBook Pro M1 Max. Alter, Zungenbrecher mit 32 GB RAM. Mit dem schneide ich meine ganzen Videos. Ich schneide auf dem MacBook mit Final Cut und bin da mit der Performance absolut zufrieden. Und ich sage, mehr braucht man da nicht. Mehr ist natürlich immer besser. Ja, was ich noch nicht erwähnt hatte, wir haben auch noch ein Objektiv, was wir mittlerweile nicht mehr so oft benutzen. Trotzdem schön immer zu haben. Und zwar ist es das 35 mm, die Festbringweite von Sony mit der Blende 1.4. Ein absoluter Banger, sage ich. Und wir haben sehr, sehr viel beziehungsweise sehr lange mit diesem Objektiv gefilmt. Ich habe das meistens auf meiner Cam drauf gehabt und habe damit dann die ganzen Impressionen gemacht. Und dieses Objektiv ist wirklich absolute Liebe. Wir haben jetzt das sozusagen mit dem 24-70 ersetzt, aber es ist immer noch am Start und wird bestimmt auch noch mal den einen oder anderen Zweck erfüllen. Dann ein Gerät, was wir nicht oft im Einsatz haben, aber was auch sehr krass ist, das zu haben, gerade wenn man unterwegs ist, was auch zukünftig jetzt öfter zum Einsatz kommen wird, ist eine Drohne. Wir haben von DJI die Ultralight Drohne. Man muss sich natürlich keine Gedanken machen bei dieser Größe beziehungsweise dem Gewicht der Drohne, wie das mit Fluglizenzen und so weiter aussieht. Man sollte sich natürlich trotzdem immer vorher im jeweiligen Land oder der Stadt, in der man unterwegs ist, darüber informieren, was für Rechte beziehungsweise Gesetze gelten. Beispielsweise waren wir letztes Jahr in New York und da durften wir die Drohne nicht mitnehmen beziehungsweise es hat keinen Sinn gemacht, sie mitzunehmen, weil dort striktes Drohnenverbot ist. Ja, was wir auch öfter dabei haben, ist dieser Tripod hier. Der ist eigentlich ganz cool. Kannst du deine Kamera draufschrauben, auf den Tisch stellen und entweder nebenbei laufen lassen oder irgendwo dranhängen. Für die Sony FX3 ist dieser Tripod hier ein bisschen zu schwach. Da kippt die einfach um und macht einen Abgang. Da braucht ihr dann diese Variante in nochmal größer. Die hält dann auch die Sony FX3. Und wir haben hier ein Stativ dabei, das ist auch am Ende scheißegal, was für eins ihr nehmt. Das ist jetzt von Manfrotto. Das ist ein relativ cooles und simples Stativ. Zack, kann man einfach die Beine ausfahren. Hier oben den Kopf variabel bewegen. Und dann kannst du es entweder auf den Tisch stellen oder du fährst es aus und stellst es irgendwo hin. Ist immer gut dabei zu haben, finde ich persönlich. Wenn ihr unterwegs seid, dann empfiehlt es sich auch öfter mal Licht dabei zu haben. Wir haben in unserem Bus eigentlich immer ein Lichtpaket stehen. Und da bringe ich euch jetzt mal hin. Ich zeige euch einfach mal, welches Licht wir da immer dabei haben. Wir haben diese Lampen von GVM dabei. Die sind relativ preiswert und sind immer zwei Stück. Die zweite haben wir hier. Haben wir immer zwei Stück mit am Start. Da kannst du die Farbe einstellen. Da kannst du normales Licht machen. Die Wärme natürlich einstellen. Aber die Teile sind absolut gut. Haben jetzt natürlich kein super softes Licht. Da gibt es bestimmt coolere Varianten oder Softboxen. Aber die sind für uns einfach auch von der Größe und Kompaktheit sehr, sehr gut. Muss man natürlich aufpassen, dass man keine Verlobung stört. Aber ja, wir hatten bisher das Glück verschont zu bleiben. Beziehungsweise ich. Das war es soweit von dem Equipment. Wie gesagt, wenn ihr Content Creator sein wollt, wenn ihr Videos drehen wollt, reicht euer Handy aus meiner Meinung nach und ein cooles Mikrofon. Und alles andere ist natürlich dann, je nachdem Budgetfrage, wie ihr auf was jeweils Bock habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen zeigen, mit was für Equipment wir arbeiten. Ist relativ simpel alles. Ende sind es zwei Kameras, die wir dabei haben. Ein Gimbal, ein bisschen Mikrofonzeug. Und ja, alles andere ist dann für größere Drehs gedacht. Ich würde mich sehr über einen Kommentar von euch freuen bei dem Video. Das hilft. Und wenn es nur ein Klapp-Smiley ist oder ein Daumen nach oben, dann apropos Daumen nach oben. Eine Bewertung könnt ihr natürlich auch da lassen. Egal, ob Daumen hoch oder Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Es werden noch coole Sachen kommen. Hier wird übrigens auch viel gemischter Content kommen. Sei es jetzt Technikzeug, sei es aber auch Vlogs unterwegs, sei es Essen, sei es Autos, sei es Reisen. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Es wird viel kommen. Super technisch detailliert erklärt war das hier jetzt natürlich alles nicht. Da denke ich, bin ich auch nicht so ganz die richtige Person für. Benutze das Zeug sehr gerne und zeige euch natürlich auch, mit was wir unterwegs sind, mit was wir filmen. Aber wenn ihr genauere Fragen zu diesen Produkten habt, wie man das benutzt, was das alles genau bringt, dann gibt es da ganz viele coole YouTube-Kanäle draußen, die das erklären. Durch YouTube kann man sich unglaublich viel selber beibringen. Und ich denke, ja, dazu ist alles gesagt zu dem Video. Ich freue mich aufs nächste Video. Hab Bock. Und wir sehen uns. Macht's gut.